ein herzliches willkommen hier zurück bei let's play the witcher 3 so wir tragen immer noch diese wunderschöne maske von unserem ball wir haben hier auch noch ein bisschen was ja wir haben nicht mehr alle heilung wir haben auch keine tanzenden sterne mehr das ist schade und wir laufen hier mal ein bisschen durch die gegend denn wir haben ja letztens wunderschön mit triss die quest erfüllt so ich guck mal gerade ins inventar das war nicht die taste für das inventar und schmeißen wir eben die maske vom leib quasi das ist ein quest gegenstand ist auch schön und da kann ich eigentlich auch diesen wams verkaufen den ich ja nicht getragen habe wie schade na gut so ich komme gerade auf die quest karte was haben wir denn alles zu tun wir haben hier nebenquests haben wir fertig na ja genau genau okay wir hatten familienangelegenheiten könnten wir weitermachen wir hatten zierig zu stapfen da sind wir gerade drin finde junior hätten wir auch noch reise ziel skellige herrinnen des waldes das heißt im moment höchstens noch finde die junior also sagen wir mal so in novi grad sind wir wohl soweit fertig es sei denn wir schaffen es irgendwie zur tempelinsel zu kommen rittersporn dort rauszuholen aber das wird im moment wohl noch nichts na gut wir könnten familienangelegenheiten weitermachen und dann könnte ich eigentlich auch diesen hexer auftrag machen der kreischling dafür habe ich ja mittlerweile alles das heißt wir machen einfach mal familienangelegenheiten weiter das klingt gut so lassen wir mal ganz kurz auf die karte gucken wo sind wir denn und wo müssen wir denn hin wir sind gerade hier und wir müssen nach nach moment 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 es müsste hier sein ist das genau das hier ist kreinfeld familienangelegenheiten da müssen wir weitere spuren finden soweit ich mich erinnere familienangelegenheiten untersuchen alle bleiben sie die frau des barons ach hm ich suche erst mal einen wegweiser der ist ja direkt hinter uns dann kann ich mich erst mal zu kreinfeld teleportieren das wäre vielleicht ganz nett dann kann ich von dort aus ja gucken wie ich weiter handle das wäre denke ich mal ganz angenehm so schnell reise einmal bitte nach da bin ich noch nicht weiter nicht da ok kreinfeld wilde tiere können als nahrungsquelle dienen das ist ja schön also ich war letzte aufnahme habe ich gemerkt ein bisschen leise gut das spiel war aber auch laut ich hoffe das ist aber in ordnung so hell was zur hölle geht denn was ist denn hier los das sieht ja cool aus der sonnenuntergang bei gewitter das sieht ja cool aus na gut ich werde mal ganz kurz die hex aufträge machen und zwar den kreischling so na dann ähm ja fast ich hab's fast gehabt so der kreischling alter das sieht aber total geil aus da hinten so ein bisschen die sterne da oben geht einfach mal die sonne unter das ist total geil so wo muss ich denn hin wo ist denn der kreischling und ich guck mal gerade ich glaub ich kann mal plätze rufen oder wo ist denn das pferd da ist das pferd da kommen plätze so und dann jetzt bitte einmal genau hier lang so es ist anscheinend immer noch so dass wenn ich hier im galopp modus bin und plätze quasi das also quasi die auto wegfindung gebe dass ich dann immer noch keine pferdeausdauer verbrauche das ist auch schön kann ich die schön weiter den sonnenuntergang genießen der ist aber echt geil so ich hatte schwankungen aber in die andere richtung gemusst na komm her oder bleib weg ach die heilen sich ja die säcke so das war der aua scheiße jetzt sind es echt zu viele ok so jetzt erstmal ein paar kann ausreichend so viel zugekommt ausreichend so ok ich muss es zerstören Und tschüss Sehr schön So und wir können mal alles mitnehmen Oh irgendein Extractor dabei Ach das ist nur Okay Damit haben wir dann auch alles mitgenommen Ich wollte eigentlich das Schwert wegstecken Aber kann ich? Jetzt kann ich das Schwert wegstecken Okay also was ich gerade sagen wollte Fürs Monster Dann hätte ich schwören können wir hätten zur anderen Seite genau gemusst Ach jetzt ist es dann wieder zu Gott Kater verwirre mich nicht Wie sagst du denn dass ich jetzt hin soll Ah Oh da bin ich ja schon Okay Na dann Ich weiß nicht genau wie der Kampf ablaufen wird deswegen Gebe ich mir mal eben noch Katze Schade dass ich das hier nirgends hinhauen kann Okay Ähm Hau ich mir erst eine Katze rein Für die nächsten drei Minuten Das ist gut Und dann kommt Schwalbe wieder An den ursprünglichen Platz So Jetzt nur noch Eine Kartesche Und dann jetzt bitte einmal Äh wie war das nochmal Verdammt Verdammt Ich muss es aufspüren Bevor es entwischt Huch was ist denn hier Interessant aber nix Okay Okay Andere Ausgänge Das lief ja mal gar nicht so wie geplant Oh scheiße Da ist es Diesmal wird es nicht entkommen Komm schon Setz dich auf Plätze Heute noch Langsam Langsam Nix langsam Und es ist ordentlich hinterher Verdammt Dass mir das hier auf keinen Fall entkommt Da ist er ja auch schon Okay Ah fuck Okay Na komm schon Verdammt Okay Ach komm schon Das gibt's doch nicht Auf Ach komm Ach 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 Aua, hab ich mich gerade selbst angeschossen? Ist echt so ein bisschen Katzenmausspiel hier mit dem Kreischling. Aua. Das war gut wirksam gegen den Kreischling Art oder so? Aua. Aua. So, Katze gibt gleich nach. Und da ist Katze weg. Verdammt. Verdammt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nein. Oh, fuck. Und ich hab... Natürlich. Oh, kacke. Ach, nein. Scheiße. Mit der letzten Sekunde bluten bin ich ver-kacke- ach, kacke. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, weißt du, mit der letzten Sekunde bluten verreckst du noch. Ach, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ach! Öl, äh, Schwertöl. Natürlich. Was war denn das? Draconidenöl? Draconidenöl war das, glaub ich. Okay. Hau ich mir gleich auch nochmal auf die Klinge. Und dann meditiere ich gleich nochmal. So, bin ich. Hier bin ich. Okay. Wenn's nicht bald zu regnen aufhört, folg mir noch meinen Arsch ab. Also, erstmal das Ding hier und generell nochmal meditieren. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. So, Meditation. Einfach mal bis zum Aufgang. Okay. So, nochmal ganz kurz ins Bestarium geschaut. Was ist das denn? Ach, ein Göttling. So. Ähm. Hybriden? Nein. Da. Genau. Draconidenöl, also. Ah, 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 wo ist denn das gute Zeug? Wo ist denn das gute Zeug? Geisteröl, Nikophagenöl, Verfluchtenöl, Draconidenöl. Gut, das hab ich hier. Kann ich das irgendwie auf irgendwas ziehen? Okay, ich kann das nur auf den Silberschwert ziehen. Mach ich gleich. Und ich hab hier noch... Oh. So. Moment. Wo sind denn diese ewigen Ruhen, die ich sonst immer dabei hab? Und sonst immer finde? Wo ist das? Alchemie und Handwerk. Ist das hier nützliches? Oder ist das... Nee, müsste vermutlich hier sein. Ja. Ich find die immer. Ich hab die jetzt aber nicht im Inventar. Das find ich auch sehr schön. Und das ist hier bei Gerümpel. Nee. Hab mich auch gewundert. Was ist das denn? Geisteressenz. Ach, auch schön. Ähm. Hier sind die Ruhen. So, was ist das denn? Runenstein wird in einer Freifassung ein Schwertes platziert, um diese Eigenschaften zu verbessern. Nee. Verbesserung, Runenstein wird in einer Freifassung ein Schwertes platziert, um diese Eigenschaften zu verbessern. Nee. Na gut. Also. So. Der Scheiß ist voll. Ich hab Kartaschen. Ich hab Fackeln. Ich hab... Das ganze Zeug. Äh. Ja. Dann dürfte es diesmal aber auch klappen. So. Einmal bitte Plätze. Wo ist es denn? Da ist sie ja. So. Und dann jetzt bitte einmal... Ich hab die Quest gar nicht ausgewählt. Kann das sein? Uh. Falsche Taste. Weißt du? Ich hab die Quest gar nicht ausgewählt. Moment. So. Weiter so Plätze.